Innen- und Außenputzarbeiten in jeglicher Form. Seit vier Jahrzehnten ist die Firma Pichler aus Ruhpolding im Chiemgau und im Berchtesgadener Land bekannt für exzellente Verputzarbeiten. Ob Innenputz, Außenputz oder Vollwärmeschutz, die Spezialisten der Firma führen jeden Auftrag auf höchstem Qualitätsniveau durch. Je nach Bauherrenwunsch können dabei verschiedene Oberflächenstrukturen für eine perfekte Optik und eine individuelle Gestaltung realisiert werden. Wir beraten Sie gerne, damit Ihr Haus ein Schmuckstück wird. Maschinenputz Pichler – die Profis für den Innen- und Außenputz.